Henry könnte immer so viele Leute wie möglich mitnehmen und aufs Festland bringen. Dann kommt er wieder zurück und holt die nächste Gruppe. Mit genügend Treibstoff müsste das doch gehen, oder? Naja, den müssten wir aber erstmal irgendwo herbekommen. Außerdem ist die Überfahrt weit und gefährlich. Hin- und Rückfahrt würden schon bei gutem Wetter bestimmt sechs Stunden dauern. Und ich kann höchstens noch fünf Leute mitnehmen. Bei 100 Leuten wären das 20 Überfahrten. Und 120 Stunden. Also fünf Tage. Ohne Pause. Mist, da war ich wohl zu schnell mit meiner Idee. Lust auf mehr? Dann hör dir jetzt den ganzen Teil auf Spotify, Apple Podcast oder YouTube an.